So, was haben wir hier für Dudes? Äh, jo, jo und jo. Das im Chat geschriebene ist so grau, ich habe das gar nicht gesehen. Es ist so hell gewesen. Also von krassem Kontrast her. Nice. Oh, klasse. Ich hoffe mal, dass... Gegen die Fäule. Die Fäule, okay. Ähm, das ist so ein Dude, der spritzt sich so ein Serum, dann sprintet der ziemlich stark. Und dotzt sehr gerne gegen Wände und Gegenstände, also zickzack laufen hilft. Also möglichst keine... Also wenn dann sein Rennmodus ist, dann kann er einem nicht mehr hinterher kommen. Also er kann dann nur grad ausrennen, oder wie? Ähm... Jein. Jein. Du kannst leicht manövrieren, aber... ein bisschen manövrieren, nicht leicht. Du kannst ein bisschen manövrieren, aber die... Ja, also die Map ist jetzt auch nicht grad die weitläufigste, also... Ja. Bei der Colt 5 haben wir das belassen gewesen. Aber bei der geht das. Ah, das ist das? Das ist die, äh, Freddy Krüger Map. Wovit ich weiß. Inzwischen gibt's so viele Maps, da kriegst du ja auch nicht mal durch irgendwann. Ja klar. Bei dir? Klar. Ah, ja klar. Der ist direkt neben mir gewesen. Das gehört verboten, sowas. Also ich hab Herzklopfen. Oh ja, ich seh dich. Mach die Palette kaputt. Und ist auf dem Weg. Jo, der sprintet andersweg. Jo, der sprintet andersweg. Jo. Fuck, ich bin direkt nebendran. Ich bin vornal lassen. Ich renn weg. Problem ist, ich bin direkt neben dir. Ah, der sieht mich jetzt scheinbar gar nicht mehr. Ja, renn hinterher. Achso. Das wollte ich eigentlich nicht... Ja, das ist echt beschissen gelaufen gerade. Aber ganz ehrlich. Ich versteh auch nicht, warum der einfach neben mir sporn ist. Kann ja nicht sein. Ah, kacke. Ey, Mann. Wie blöd kann sowas laufen. Ah. Super. Ich hab die Werkzeugkiste wenigstens eingesetzt, diese Runde. Das war aber wild, mich hier zu holen. Wie ist er denn? Irgendwie ist der Perk, dass man den Killer sieht, verändert worden. Ja, der wurde mal so rot markiert ne Weile, oder? Ja, ja, da haben die irgendwie angepasst. Ich weiß nicht genau wie. Ah, der ist da hinten. Na klar. Ach, nee. Ich hoffe, er hat mich nicht gesehen. Der ist gerade direkt bei mir gewesen. Er ist bei mir. Ah, kacke. Ey, was ist denn das schon wieder für ne Runde? Ich hab noch keinen einzigen Generator überhaupt berührt, diese Runde. Wenn er Glück hat. Oder wenn ich Glück hab. Was meinst du? Weil ich hab ein paar Haken abgehängt. Ja, die kommen hier wieder. Und er kriegt ne Benachrichtigung, wenn du das nicht in deinem Werkzeugkasten implementiert hast. Vielleicht findet er nicht deswegen so schnell. Hast du gleich am Anfang Haken gedingst? Ja, nebendran war er. Ja. Vielleicht war er das Ding aber direkt bei dir. Ah, das kann sein. Moin. Moin. Komm mit. Wir gehen da hinten in die Büsche. Alter, ey. Wir sind echt nur am Rödeln gerade. So, hier so. Ist doch ganz nett hier. Ganz lauschig. Wir würden uns niemanden stören. Ich hoffe, dass uns niemanden stört. Ja, das geht ja relativ schnell. Ey, man. Ich will einmal wenigstens meine Werkzeugkiste aufbrauchen. Er kommt schon wieder in unsere Richtung. Das hat gerumst. Nicht nur in unsere Richtung. Der ist direkt bei dir. Er ist direkt bei mir. Aua. Aua. Ja, super. Oh, das ist da. Das ist jetzt ganz beschissen. Ja, ich bin gleich schon wieder dauernd. Scheiße. Ich hab'n gestunnt, ey. Für 10 Sekunden mal kurz Ruhe. Aufhack. Ach, Mann. Kann ich da hinten den Haken abhängen? Dann kann ich dich nicht aufhängen. Ja, bist du hier bist. Ah, okay. Ja, okay. Ja, okay. Mach drüber, äh, weiß, machst du es mit dem Werkzeugkiste oder machst du das mit dem Perk? Ach, der Werkzeugkiste? Ja, da würde ich die Werkzeugkiste lieber für Generatoren verwenden. Da hast du mehr von. Wer ist direkt hinter dir, hol mich nicht. Oh. Ich springe dem auch noch in die Arme. Ja, das ist mir auch passiert. Das hat er mich gekriegt. Renn weg von mir. Die holen mich schon. Das ist jetzt ganz doof. Oh, das ist jetzt ganz... Du läufst richtig blöd grad. Du läufst gerade richtig blöd. Ist er noch da? Ja, im letzten Jahr. Ist er noch da? Ja, im letzten Jahr. Komischerweise immer noch bei mir. Ah, hab ich noch. Ja, das war's. Warum? Ah, ne, das war's doch. Nur dann. Bei mir wär's das, wenn er mich jetzt kriegt. Och, nee. Oh, scheiße. Die scheiß Katze schon wieder. Ah, mich. Mich holt. Ja. Wollen wir das wirklich unterm Haken machen? Das geht halt am schnellsten, deswegen machen die das. So. Darf ich jetzt wenigstens einen Generator mal berühren? Ja, das Problem ist, ich kam auch noch zu einem. Ja, ja, wir haben erst einen Generator gemacht. Also, unser Team, unsere Gruppe. Ah, da ist noch. Nicht selber. Dann leg mir mal einen, einen, einen. Schön, schön, schön. Oh, Mann. Oh, Mann. Kommt direkt zu mir. Oh, Scheiße. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich bin ihm direkt vor die Arme gelaufen. Scheiße, ne, das war's. Was ist denn überhaupt passiert? Ich hab's gleich, der Generator. Ja, das bringt mir nicht so viel. Brennt mir noch hinterher, glaube ich. Alter, der war fast fertig, der Generator. Und dann kommt der Penner nach runter. Bzw. Er ist nicht mehr runtergegangen. Ich bin mit den Arme gelaufen. Oh, Dennis. Hey, ich hör dich draußen stöhnen. Ich hab auch schon gedacht, ich hab hier drin was. Bist du da unten? Nein. Oh. Bist du runtergesprungen, ne? Ja. Ja, das hat der Maid wieder. Alter. Ich glaube nicht, dass wir das beenden werden. Also überleben werden. Glaub's ehrlich gesagt auch nicht. Was ist denn denn jetzt? Ich bin gleich geheilt. Ah. Hi. Komm, ich heil dich. Vielleicht kann ich dich auch heilen. Ich bin auch geheilt. Hahaha. Jetzt ist echt legendär. Die andere rennt ja auch noch rum. Komm, die andere ist gerade runtergeheilt. Komm, hältst du mit? Jetzt sind wir noch schneller. Abgeleuchtet. Oh. Lass mich raten. Der ist gerade im Gang oben drin. Oh. Schon verkackt. Ja. Schon verkackt. Ich gehe mit dem Maid raten. R-raten. Alter. Dreigener Tornierst. Meine Fresse. Also bei mir war's das. Ich bin tot. Das jetzt schon zugucken. Ja, aber jeder von uns ist tot. Wenn du jetzt noch einmal hängst... Ah, der kommt instant. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Oh, fuck. Ich weiß nicht. Er ist tot. Oder die. Oder andere. Ist ja das zumassentiger. Das ist schutzig. die frage gar kein alles klar kriegt er den mait perfekt kann ich wieder luke so hingehen er lässt ihn liegen er tötet ihn oder jetzt geht er zurück zu ihm jetzt hebt er noch ich sehe es schauen wo ist die luft bei dem ist er hängt er ihn auf denn es ja hängt er ihn auf näher aktuell noch nicht aber ich glaube jetzt der andere macht gar nichts der lässt durchkreisen und er trägt ihn rum ja vielleicht trägt er jetzt der luke kann nicht sein ah ne jetzt hat er einen aufgehängt jetzt hat er einen aufgehängt ich bin er noch nicht da er hat doch irgendein perk dass er weiß dass ich hier bin ja gut jetzt weiß das eh nee 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 nein ich will mal anders ich geh einfach mal ja ich glaube das geht's gut drauf ich glaube das geht's gut drauf ich will die ja komm ich nehme so ein paar netten mit ich suche jetzt einen auf der luke ja aber ich glaube der hat irgendwas also ich weiß nicht der spiel mit mir ist ja warum haben wir immer auf mal gucken ob mich auch fällt wahrscheinlich ich meine hätte mich jetzt eh gehabt dann bleibe ich jetzt einfach mal hier stehen was mal und ja da kommt das schon da kommt das schon ey lass mich das vor lass mich das vor öffnen lass mich das vor öffnen wenn da weg ja ich meine ich muss durchs ausgangsteuern kommen ne das ist noch ein PR scheiß drauf kommt ich weiß ja das hat er ach was der spielt doch eh nur tschau jawoll ja der hat ja gespielt er hätte mich ja easy haben können ja das stimmt ah jetzt können wir mal ein gg rein schreiben aber jetzt habe ich endlich die beschissene Aufgabe endlich mehr erledigt Gott sei Dank ich hoffe jetzt mal dass es auch gescheite Punkte dafür gibt dafür dass ich das geschafft habe Gott sei Dank wo war das denn jetzt wo war das denn jetzt irgendwie war es nicht hier war das ey toll wie siehts aus ah willst nochmal auf die Map ich habe davon noch zweimal äh Dinger achso wie du willst mir ist egal Moment ich guck mal ja können wir machen dann kann ich die 25% Bonuspunkte noch dazu drin lassen jo so so ach sonst ich weiß gar nicht kann ich jetzt Precision ane kann ich nicht oder? Moment Stufe 50 aber ich kann mich nicht bei der Prestige aber ich kann mich nicht bei der Prestige aber ich kann mich nicht bei der Prestige jetzt ist aber nur eine Hörstufe ok ok ja schauen wir mal was äh vielleicht schaffen wir es ja mal eine Runde einfach normal zu spielen so dass man normal überlebt und nicht irgendwie auf Krampf alle entkommen ja einfach alle entkommen und der Killer ähm kriegt keinen naja ne so einfach muss jetzt nicht sein öh ok ok super ah ok ja das andere was nicht umgedreht wird ist aber eine Mate also das wird an uns nicht schaden im besten Falle so ach ja ich finde immer noch die sollten hier mal eine Ladebildschirmmusik rein machen oder so oh wir starten alle zusammen und die eine es verlässt glaube ich von Anfang an hm wie schnell hast du das denn jetzt gesehen ah ja tatsächlich perfekt und ein Generator können nur zwei Leute und die Katze kommt der Geist ist direkt hinter dir ja ich denke es mir ja ich sehe es ja und dem seine Klocke hört es nicht ah ja klar ich habe mich verlaufen das hört sich jetzt mal blöd an aber ich bin ausversehr in den Keller gegangen ja gut aber im Keller kommst du auf der anderen Seite wieder raus das ist ja keine Sackgasse aber immerhin schon ein Generator ne ja aber weißt du bei der Runde vorne hatten wir auch noch ewig lang nur einen immer positiv denken immer positiv denken ich will das bei mir irgendwo ja ich hoffe du wirst geholt wir haben gelammert ja da ist eine Art bei mir aber eigentlich sehe ich das immer joink joink nicht wenn du ihn ein bisschen loopst ich bin zwar nicht so gut im Loop wie die andere aber joink da kann nur einer an der Generator warte mich magisch eigentlich wird das doch immer markiert ja die Hinderkrieger was ist das denn da wenn ich dann schaffe ich das wahrscheinlich ich hab den bisschen hingehalten ich hoffe in der Zeit wurden mal ein paar Generatoren gemacht ah hm ich bin froh wenn ich denn eine hier fertig krieg ein Generator aber ich gerade eben dran war der auch relativ weit aber er kam dann unter ich sehe gerade keinen weil ich habe ihm so ein ich habe so ein blindes Ding abgekriegt weil er mich geschlagen hat ja klar na klar ah jetzt der Wollex ah ich weiß noch wo ich bin ich kann gleich sagen wie man zu mir kommt ich sehe es aktuell immer noch scheinen der Killer kommt zu mir joa ist effektiv doch einer der verletzt ist direkt neben mir aber der Killer sieht mich halt die Frage wie lange wir jetzt hier noch weglaufen können ja der Killer rennt mich hinterher hm oder ah ne rennt mich warum warum sehe ich denn die ganze Zeit dass er mich hinterher rennt achso weil er meiner Nähe ist das einfach zu in der nähe von dem mate war sie direkt hinter dran und wenn er jetzt weg laufschirm braucht ich habe wieder im generator im keller ich leichte da an den andere weil dann habe ich auch angefangen hat der ist schon jetzt auch gleich fertig normalerweise sollte man das schaffen wenn der jetzt uns kein sprich durch die rechnung macht aus irgendeinem grund jawohl sehr gut dahinter auch noch ja macht nichts wir müssen gerade hier und sind fertig der hing auch noch nicht der tut also ja jemand ist auch auf dem weg zu der kill ist gerade direkt an mir vorbei geladen kommt zu mir ja gehe ich den hut holen warte ich natürlich das überlebte ich gleich ein ich kann mir gar nicht ein generator ja doch schon metern perfekt so ein kommen sie oder wenn wir die hinterher oder sicherheit ja ich habe das direkt bei uns gleich ja 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 weiß ich hätte in deiner richtung bereits den generator moment ich muss erst oder an der generator hast du ja der gut mir gerade angezeigt durch ihn aber da kann nur einer dran das war der ne ja genau er wird schon halb ja oder dreifel und über halb ja wenn er nichts dran gemacht dann kann ich zu dir der kille kommt der kille ist bei mir scheiße ich bin noch nicht dauernd aber der kille hat mich gleich nur eine sache von sekunden das wird ja so klein dass es fast nicht mehr schafft sich die dinge zu erreichen ich bin direkt neben dem generator am haken jetzt weiß er wo ich bin kommt kämpft er bei dir er ist unsichtbar aber ich glaube nicht ist irgendjemand rein zu mir ja ja ich bin nämlich bei mir ja jetzt wollte ich gerade die palette nach oben schmeißen mei wo bist du ich habe jetzt noch generatoren ready Der schafft es einfacher, wenn ich hier weglaufe. Holt dich jemand? Ja. So. Scheiße. Ja, aber den kriegen wir jetzt, wir sind gerade zu zweit an einem Generator. Das schaffen wir dann. Ja, okay. Komm schon, du. Einmal richtig durchziehen, dann ist gut. Der ist weg. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Gut, der war gar nicht allzu weit weg von uns, ne? Und er schallt es auch schnell. Mit der Glocke. Und er kommt glaube ich, weil die Katze geht an. Ja. Wie weit ist der Generator? Halb. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Wie ist das? Wie ist das? Oh Gott, das Blöden. Und wir werden doch den letzten Generator noch. Scheiße. Ich muss hier schon wieder weg, weil das so nah ist. Ich hole. Ich hole den. Er hol den. Ich hole den. Ach okay. Du bist ja an dem Einzelnen dran, oder? Ja. Ja. Okay. der schützt halt auch halt die sind alle irgendwie halb wir würden einen ganz schaffen er rennt mit den herr scheiße ich habe herzklopfen ja wie weit ist der generator ein viertel würde ich sagen ja jetzt kommt das scheiße ja lauf weg und dann gehe ich da jetzt dann dran wir wechseln uns einfach ab und jetzt von dem weg dann ändert ihr in der herr ich hoffe wir renzen in die richtige richtung er verfolgt mich zumindest glaube ich immer ich bin grad voll in die arme gelaufen geh an den generator zurück der rennt mir hinterher ich heil die gerade er rennt mir nicht mehr hinterher ich glaube der weiß was wir vorhaben hier ist auch noch ein generator gehe ich an den hier noch an die müsste alle halb sein irgendwie ja die gehen dann mit der zeit zurück scheiße katze wieder ich weiß nicht ob der hinter mir her ist das problem ich habe den katzenpöpfissen angepasst ja glaube ich auch er ist irgendwie anders hat es leuchtet bei mir nicht mehr er schon dem an dem generator wo nur einer dran kann dann gehe ich an den anderen ohje da ist er wieder mein freund das dornglöckchen hat er kommt an den generator der handelt halte zwischen den 23 die was fertig sind noch jeder mit kommt zu mir wir sitzen zu zweit an einem aber der ist gleich erstmal bei der hälfte wieder die katze leuchtet die katze leuchtet richtig ich höre die glocke naja ist gleich bei uns rennt dem mate hinterher kannst du an den einzelnen wieder gehen ich bin jetzt gerade an der der ist auch halb ja dann gehe ich an den einzelnen wenn du einen anderen haben kannst ja schon komm schon du bist halt verletzt in der mate auch scheiße jetzt 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 durchziehen wie weit ist dein generator drei vierte einer auch also egal zu wem er kommt ja keine chance nein er kommt zu mir dann geh weg dann geh weg ich krieg den hier fertig ja das liege ich aber dann bin ich eh tot ja ich weiß deswegen suche die luke ne ich mein generator fertig da du mir guck ja ich sag ja es lief so gut eigentlich am anfang nur dieser eine hat uns halt gekillt ja das stimmt ah kacke moin oh fuck ja ah mann ah sollte einfach nicht sein ja aber schade ja die luke noch gefunden ja 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 wird schon wieder rumgebrüllt draußen das ding ist wenn du bei den temperaturen ein fenster auffassen hast du automatisch auch immer außen geräusche also goldwind farm ja da kann man machen anwesend beide also mcmill mag ich tatsächlich mehr also da machen wir mal mcmill davon habe ich auch zwei strecke also von dem her ich glaube primär nächstes mal nochmal mcmillen anwesend relativ dunkel da ja ich glaube ja dann habe ich noch ein bisschen但是 eine körper und dann kann ich noch mal maß mit dem herrn ich bin in der lobby drin alter was ist das denn immer ja vor allem ich lade dich mal noch mal ein ich ja aber diesmal wenigstens die einladung bekommen erst die frage ob du jetzt auch reinkommst deine gruppe beigedrehen hat die gruppe verlassen konnte nicht angenommen werden ja probierst du es nochmal? ja warte ach ist das ein scheiß ey versteht nur warum das war doch sonst nicht so ne wahrscheinlich wieder durch irgendein update verkackt oder so ist die gruppe beigetreten? ist der gruppe beigetreten? kommst du noch? ja wenn nicht lad mich mal ein ah ich kann weder noch was? ich kann nur profi ansehen oder blockieren ne du musst ich kann weder gruppe beigetreten noch einladen ne du musst warte wenn du im hauptmenü bist auf spiel als überlebender gehen und dann aufs plus drücken aufs plus also da wo die dudes normalerweise stehen würden mit denen du spielen kannst ja ich nehm die jetzt mal an ich wünsch mal was passiert nichts ey wie kacke ist das denn gemacht? also nochmal spiel raus nochmal spiel rein ja versteh ich ja ich komm auch nicht ey ist das so schick ich komm nur zurück indem ich über das hey jetzt bist du bei mir in der lobby hey ich bin grad raus ja hey warte mal ich mach mal steam auf du hast doch du hast ja bitte fehler im vulkanal ey ist das kacke ich starte das spiel auf nochmal neu ja ist ein gutes spiel auf jeden fall das ding ist ich spiel mal also ich spiel zu 99% alleine deswegen fällt das mir nie auf aber jetzt wenn man das mal so sieht ist es ja richtig cool ja da ist er ja wunderbar die ausstattung ist aber nicht noch gleich geblieben ja war ja kein problem hm ha ha hm hm fehler beim spielbeitritt das spiel in dem du weitrin wolltest existiert nicht mehr nein warte mal ein ding ist ja achso jetzt kannte ich dich gar nicht mehr oder was nee du bist bei mir in einer partie ja aber ich hab nur 3 spieler anstatt hier ja dann geh wieder raus bitte sonst äh das mach ich schon ich dachte nur ich kann dich von dort aus äh jetzt bist du bei mir noch drin ja du bei mir auch echt ich hab so was bereit ja ok äh ja irgendwie jetzt müssen wir mal deine entwicklerschreibung jetzt lädst bei mir bei mir auch schon gut jawoll na also war ja war ja ganz einfach ja ich glaub die entwickler wissen das schon das ist ja so typisches das ist wie so ein meme bei daylight die machen irgendein update und irgendwas anderes geht dann was vorher funktioniert halt so bruch das ist häufig so naja gut gut nicht jetzt eigentlich naja wie funktioniert das jetzt oder bin ich jetzt schon maximum wieder ja ja ich hebe die mal noch auf kommt ja bald neustil es hier dann mache ich ja wieder blutpunkte jawoll das ist wahrscheinlich bei das spiel gehört da dass wir noch eine runde machen heute abend und dann denkt sich so ne 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 euch behalte ich nochmal extra lang hier nice mit millen anwesend und blutige partyluftschlangen sehr gut dunkler nebelschleier auch noch ja sehr gut dann kann ja nichts mehr schief gehen jetzt so ja ich glaube das haben wir jetzt schon jede runde gesagt ich muss sagen die runden laden erstaunlich schnell also ich meine lobby finden geht eh aktuell sehr schnell muss man sagen aber auch auf die map kommen ist relativ zügig und manchmal hat das echt paar minuten gedauert jetzt sind wir schon drauf und wir starten passt alle gemeinsam oder ist zumindest mal da einer dahinter dahinter ist er also alle beide alle da alles top das ist die jägerin die mit den beilen oh die hat mich schon die hat mich schon instant gesehen die sinkt schon ja ja geil so kann man auch eine runde starten ja geil so kann man auch eine runde starten weißt du brauchst eine halbe stunde bist du erstmal zusammen mit deinem mate was finden kannst weil das spiel nicht will und dann kriegst du instant zwei beile im rücken oh man das ist sehr nah was du ich hoffe du bist da leise drüber gegangen nein bist du nicht die kommt instant wieder hol mich nicht hol mich nicht bist du da langsam drüber über den bogen ja okay dann versteck dich mal irgendwo oh ja die hatte ich gesehen die ja aber das war auch ein scheiß versteckt ja eben gut dass du das aber hey wir sind schon einen generator super ja das ist vielleicht ganz gut was das die letzte runde für heute ist läuft einfach nicht gut du wirst immer hingeholt jetzt ja aber was meinst du wo die killer jetzt hinlaufen wird ne die schritt bei mir noch die guckt da in der Schrank jetzt läuft sie wieder zu mir jetzt läuft sie Richtung euch jetzt läuft sie zu euch super Achtung von links kommt sie von links der eine läuft daher bald entarmen ich bin jetzt mal woanders ich heu mich jetzt erstmal wir werden da hinten rum wir werden da hinten rum oh man Ja, ja, ich bin da näher. Fuck. Fasste gar nicht auf die zu. Rennen in die Richtung, wo du da eben hingst. Generator. Turnmate. Wir gehen nicht hinter die Hütte, dann kann ich dich wissen. Wir gehen nicht hinter die Hütte. Ich bin schon wieder bei mir, Alter. Ich kann schon wieder ausraschen. Lass dich doch heilen. Lass dich halt nicht heilen. Mir ist das egal. Okay. Äh, ist sie bei dir in der Nähe gerade, oder? Ja. Ja. Die kommt grad zu uns. Immer noch schon ein Generator ja fertig. Dann passt das. Schmeiß dein Bein in dein... Nicht in meinen Rücken. Nicht in meinen Rücken. Oh nein. Nein! Alter! Sag mal, was ist denn jetzt los? Das wird mehr konzentrieren. Oh, war das knapp. Ja. Jetzt hat sie mich wahrscheinlich... Oh, das ist so knapp. Die dumme Nuss. Diese. Oh fuck. Die lädt erstmal Beile nach. Dann kann ich meinen Nutzen absauen. Alter, war das knapp. Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich sie abgehängt habe. Generator schaut gleich durch. Äh, okay. Sie hat jemand anderes auf dem WC gerade. Moin. Moin. Soll ich dich heilen? Äh. Machst du selber schon. Seh ich. Mate, hype mich. Okay. Ja, mach du weiter. Wie ist es schneller wenn du bist. Generator schick gleich durch. Ja. Viertel. Jawoll. Sehr gut. Was soll das denn? Ah ja, da. Noch einer. Dann haben wir es ja. Ah ne, der ist gesperrt oder was? Ja, weil sie die gerade aufflogen hat. Ah ne, jetzt nimmer. Jetzt nimmer. Jetzt nimmer. Ich hole nen Mate. Ja, kommt zu mir. Die ist gerade in die Hütte reingegangen, in der Mitte. So, ist das jetzt so ein bisschen Rückenmassage oder nicht? Nein. Der Mate wird geheilt. Ich bin da ein Beil im Anschlag. Sie kommt richt.. Sie kommt richt.. Sie kommt richt.. ..großes Haus. Naja, ich hab sie gesehen. Wie. Du bist nur halb am Generator dran. Wie.. Also du bist nur halb am Generator dran. Nein. Halb, brauche ich noch. okay ich sehe dich ja wollen da kommt doch ein sehr gut gerade ja kurz raus nicht aufmachen gell die kämpft bei dem oder was ja das kann ja auch nicht sein schmeißt als man bei laufenden ausgang die sieht den ausgang halt also der wo hier sieht ihr halt direkt von der hütte aus wo der meeting im keller das kriegen wir nicht mehr oder kann man so nach ich bin zu euch ja dann macht das dinge aufkommt deswegen ist es wie immer abgehauen sind seit ihr 19 hinterher richtig heilen noch ich bin noch gar nicht verletzt auch schon der mate kommt dahinten und dann können wir ja gehen sie kommt auch er hat ja auch wenn ich jetzt kein wanted ich habe ich habe ich habe ich habe auch nicht raus will sonst mal okay geht auch das auch wenn es am anfang nicht so außer bis zum nächsten mal tschau tschau tschau